Liebe Freunde, ich bin wieder so etwas von genervt. Seit 13 Uhr soll Ortlaufsfrei nun online stehen und YouTube lädt und lädt und lädt. Und es soll in etwa zwei Stunden der Fall sein. Ich werde noch wahnsinnig, aber ich bitte euch auch gleichzeitig um Entschuldigung und Verständnis. Frei nun kommt. Es braucht halt ein bisschen. Bis denn und Tschüss.